Sie genau hin. Was war denn das? Meine Fähigkeit. Das mache ich mit meinen Gedanken. Durch Telekinese? Ja, naja, und auch nein, denn dahinter steckt so viel mehr als nur das. Weißt du, ich bin eine Hexe. Eine was? Eine gute Hexe. Ich habe diese Fähigkeit, die ich eigentlich gar nicht wollte. Und bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass ich sie habe. Als wir uns wieder begegnet sind, habe ich es erst erfahren. Okay, also du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich schon ein paar Mal an einem Tatort aufgetaucht bin, ohne dass es dafür eine logische Erklärung gab. Das ist der Grund. Und glaub mir, ich wollte es dir wirklich erzählen, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es keinem erzählen. Ist doch alles in Ordnung, Andy? Ich weiß nicht. Ich meine, ich wusste, dass du mir irgendetwas nicht sagen kannst. Doch, das hätte ich nicht erwartet. Das bedeutet, Piper und Phoebe sind auch? Ja. Mama und Grandma waren auch Hexen. Von ihnen haben wir unsere Fähigkeiten geerbt. Das heißt, wenn du Kinder hast, dann... Wenn es keine Jungs sind, dann ja. Wow. Das ist... Wohl eine ziemlich große Belastung. Ja, wem sagst du das? Kannst du das ändern? Gibt es irgendeinen Weg, das loszuwerden? Nein. Andy, dieser Teil gehört doch zu mir. Zwar musste ich das auch erst lernen, doch jetzt akzeptiere ich es. Die Frage ist nur, kannst du das auch? Schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, Pru. Ich weiß es wirklich nicht.